Hallo Germania-Fans! Soeben ist die Auslosung der Viertelfinalpaarungen zu Ende gegangen. Wir haben ein Heimspiel, spielen gegen Viktoria Arnoldzweiler, spielen zurzeit in der Mittelrhein-Liga, Tabellenplatz Nummer 11. Das Spiel wird am 26. Februar, Aschermittwoch, ausgetragen und wir versuchen da natürlich die nächste Überraschung zu setzen und vielleicht mit ein wenig Glück auch ins Halbfinale zu kommen. Deswegen nochmal schöne Weihnachten, guten Rutsch, das wird auf jeden Fall das letzte Video in diesem Jahr sein und wir sehen uns im nächsten Jahr und hoffe, dass alle auch gesund bleiben. Danke!